Ich würde mit mir jetzt hier zusammen einen Riesenapplaus für einen Mann geben, den ich schon geehrt habe, letztes Jahr auf einer Bühne, für sein Lebenswerk. Es war mir eine große Ehre und jetzt ist es mir eine Ehre. Lieber Jean-Marie, Bottequin, auf die Bühne mit einem Riesenapplaus. Dankeschön, dass du immer dabei bist. Danke, danke, danke. Wunderbar, liebe Martina, sehr schön. Da gibt es den Menschen so viel Mut. Das Thema war Sicherheit, die mir zusteht. Sicherheit? Wie bitte? Gibt es die Sicherheit überhaupt? Was für eine Illusion. Wir können über zwei Fakten sicher sein. Wir wurden geboren und wir werden alle sterben. Mehr Sicherheit gibt es auf diesem noch nicht mal abgekühlten Feuerball, diesen jungen Planeten Erde nicht. Und doch gibt es eine höhere, einzustufende Sicherheit. Dieser Planet wurde erschaffen und wird auch wieder in seiner jetzigen Form verschwinden. Diese Wissenschaft, die Wissenschaft weiß sogar wann. Die nicht akzeptierte Sicherheit, dass es einen Schöpfer gibt, verwirrt uns dermaßen, dass es uns aufblähen lässt in maßloser Arroganz. Wir können es nicht annehmen, dass wir mit dem beschränkten Verstand, den wir zur Verfügung haben, nicht alles erfassen können. Dieses Gehirn wurde im Laufe der Evolution schon etwas größer. Der Verstand etwas schärfer und könnte intelligenter sein als bei anderen lebenden Wesen. Und dennoch, auch wenn wir über einen Geist verfügen, sind wir noch sehr beschränkt. Sind wir oder werden wir in unserer penetranten Sicherheitssuche klüger als je zuvor? Wir behaupten es und verwerfen die meisten vorherigen alte Theorien aus Wissenschaft, Wissenschaft und Philosophie. Wieso rüsten wir immer noch weiter auf und kämpfen dazu auch noch gegen Viren? Es wurde nie so viele Waffen hergestellt als heute. Wir herrschen wie selbsternannte Schöpfer über alles Sichtbare und suchen sogar nach der Macht des Unsichtbaren. Das erleben wir jetzt zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz. Der gefeierte Schriftsteller Yuval Harari hat uns schon in 2016 gewarnt. Und jetzt haben wir den Salat. Bei der künstlichen Intelligenz, über die so viel in der jetzigen Zeit gesprochen wird und ihrer Auswirkung auf die Gesellschaft und unser Leben, gibt es natürlich auch neu besorgniserregende Aspekte und eine Debatte darüber, wie sie genutzt werden kann oder sie gestoppt werden sollen. Es ist wichtig, dass solche Technologien verantwortungsvoll entwickelt und eingesetzt werden, so wie damals die Nuklear-Technologie und dass wir uns darüber im Klaren sind, welche tiefgreifende Auswirkungen sie auf unsere Welt haben kann. Gibt es hier eine Sicherheit? Und ab wann? Vor lauter Sicherheitsdenken litten und leiden Menschen schon immer unter Angst, weil Wissenschafts-, Geldsysteme und Religionen über das Denken von totaler Sicherheit, also uns das Denken von totaler Sicherheit eingeprägt haben. Uns wurde gesagt, wenn du das und das und das machst, dann kannst du sicher sein. Es steht dir ja zu. Und so ist das geheimnisvolle Angst-Sicherheitsthema ein exzellentes Mittel, um Menschen zu beherrschen, um sie zu manipulieren, zu versklaven und auszubeuten, wie in den letzten 2000 Jahren oder noch länger. Es gibt hier keine Sicherheit. Nur in dem festen Rahmen der Unsicherheit gibt es höhere Werte, die uns eine andere Dimension von Sicherheit erahnen lassen. Ich kann hier in die sieben Minuten keine philosophische Diskussion führen, aber ich kann sagen, dass es verschiedene Arten von Pseudosicherheiten gibt. Auf der physischen Ebene gibt es alltägliche Sicherheitsaspekte, wie beispielsweise Schutz vor Kriminalität oder schädlichen Naturphänomenen. Aber auch Sicherheit in Form von Gesundheit und Wohlstand, ja. Allerdings ist es auch wichtig, sich der begrenzten Natur von Sicherheit bewusst zu sein und damit umzugehen. Zu viele und immer mehr unkontrollierbare Faktoren gibt es in unserem Leben, die Unsicherheit und Verwundbarkeit stets weiter verursachen. Daher ist es notwendig, notwendig, wichtige und alternative Quellen zu finden und diese auch zu fördern, um mit den Herausforderungen des Lebens friedlich und vernünftig umgehen zu können. Wann schaffen wir das? Neue und höhere Perspektiven werden uns motivieren, unsere vorhandenen und unterdrückten Ängste in eine neue Dimension zu transformieren. Die Frage nach dem Sinn des Seins, dem Sinn der Schöpfung, wird suchende Menschen bewegen können, über mal den Tellerrand zu schauen. Durch eine demütigere Haltung gegenüber dem Unverständlichen, Unnahbaren, Ominösen und dem Nichtverstehbaren befreien wir uns von dem Schmerz über das Vergängliche und von der Sehnsucht nach Sicherheit. Wir ahnen nicht, dass die echte Sicherheit unendlich und groß ist, frei von Raum und Zeit. Sicherheit ist eine Illusion auf Sanskrit Maya. Mir steht nichts zu. Mir steht keinerlei Sicherheit zu. Wer bin ich schon? Und wenn? Dann wäre sie der Barmherzigkeit Gottes, des Schöpfers, welchen Namen wir ihm auch immer geben, seinen Fügungen und seinem Schutz zuzuschreiben. Die Sicherheit ist für mich klar. Wir sind hier, um zu lernen und um in einer neuen Dimension, der wir nach unseren Ableben begegnen werden, besser zu sein, im Sinne von geläutert und um uns dort weiter zu entwickeln. Dieser Planet Erde ist eine Schule, um den Gefahren und Widrigkeiten Herr zu werden. Eine Vorstufe zu einem höheren Grad der Unendlichkeit. Das macht mich sicher und gibt mir Freude und Kraft. Keine Schule war einfach und alle freuen sich über einen höheren Abschluss. Wir lassen dann gerne die schlechten Erinnerungen hinter uns und freuen uns über unser wahres, wahres Wachstum. Und wenn wir es nicht geschafft haben, ja, dann müssen wir nur mal sitzen bleiben und es noch mal probieren und wiederkommen. Zeit spielt keine Rolle, weil sie unendlich ist. Wo ist das Problem? Ich weiß nichts, hat schon mal Sokrates gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber ich habe die Gewissheit, dass ein anderes Maß, eine andere Stufe von Sicherheit mir zustehen könnte oder wirkt. Ich arbeite sehr daran, dieser sich entfaltende Reife und diesem Geschenk würdig sein zu können. Es kostet viel Disziplin und Aufopferung, Abschied von vielem, meist materiellem, egoistischen, Egoistische Wünschen, die eingefahrenen Gewohnheiten. Mir scheint, es macht mehr Arbeit, als das so geglaubte Glück zu finden, das alle so sehnsüchtig zu suchen scheinen. Der Weg ist immer steinig. Dennoch, allein das großartige Gefühl, mal am Gipfel anzukommen, befreit dich von jeder Unsicherheit und Angst. Das ist die Sicherheit, die mir zusteht. Und am Schluss, liebe Freunde, ein wertvolles Zitat. Wir hoffen, dass durch die Gnade des Allweisen, des Allwissenden, trümende Staub beseitigt und die Wahrnehmungskräfte gestärkt werden, damit wir den Zweck erkennen, für den wir ins Leben gerufen wurden. An diesem Tag ist alles erwähnenswert, was die Blindheit mindert und die Sehkraft stärkt. Solche Sehkraft ist der Träger wahren Wisses und sein Führer in der Tat beruht nach Ansicht der weisen Urteilskraft auf schärfer Sehkraft. Wir müssen in jeder Lage befolgen, was passend und ziemlich ist und sollten die Menschen dazu anhalten. Das sagte in 1830, 1864 Baha Ullah, der letzte Offenbarer und der Begründer der Bahá-Religion, die letzte offizielle Religion, die folgende Religion nach dem Christentum und anderen. Ich freue mich auf euch, wir sind Impulsgeber für euch, ruf uns an, schreib uns für jede kleines Problem, der Ovilio, die Martina, der Dave, ich oder anderen, die da waren, wir sind für euch da. Vielen Dank. Merci Beaucoup.